So Leute, dann sind wir wieder zum weiteren Part. Iceman, ne, verdammt, Megaman, genau, los geht's. Los geht's. Mit Iceman, unserem kleinen Eskimo. Ja, los geht's mit Iceman. Ich hab früher Iceman voll gehasst, weißt du warum? Ja, guck dir den mal an, der ist, weiß ich nicht, voll Eskimo. Mal hinten fallen und so. Ja. Ja, denke ich auch, wir sind hier, hier, Hawaii, in den 21. Jahrhundert. Erinnert mich auch, der nächste, mein Job ist da, Sandstadt. Sandstadt, voll geil. Ich sag auch, ich sag auch, ich sag auch, alles, ich sag, nee. Boah, tschüss, wie das leckt. Also in game. Ich seh nix. Warum? Beim Nütz ist flüssig, also ich mein, ich seh nix vom Legen. Also, ne, ist halt langsam, weißt du, weil so viel Sprites sind. Sprite Legs. Sprite Legs. Was machen Pinguinen unter Wasser? Schwimm. So unnötig. Unnötig, ja, unnötig. Ey. Hört die doch mit Katter, Junge. Ey. Guck mal, Alter. Egal, gut, dass er unten Leben ist. Das holt der gute Alte, regiert sich natürlich sofort. Weil ein Low-Off ist, der ohne Lebens, er kann, er kann, ich bin nicht durch. Ey, Junge. Erzähl nicht. Hahaha. So, dass es locker drauf geht, wenn du kein Leben nehmen würdest. Tschüss. Mit Elecaters, glaube ich, auch. Jep. So, und gut, dass wir unseren Multi-Kolletti-Buster haben. Wo geht das nicht? Ja, ich hab' die Wand gemacht, Junge, du musst da drauf stehen. Achso. Voll lenken, na, dieses Ding? Ehrlich? Richtig, viel Fehler. Was? Boah, verdammt. Needs more Elec-Buster. Zack. Ey, guck mal, ich treff den nicht. Ah, jetzt aber. Loll. Egal, wir brauchen Multi-Kolletti-Buster, Leute. Na, verdammt. Na, jeder, auch kein... Nein. Wir machen das mit Multi-Kolletti-Buster, Mann. Das macht keins mehr. So. Boah, hast du's gesehen? Was? Boah. Was passiert? Nix, nix. Ey, ich muss brauche jetzt Hilfe. Der muss einfach mal aufspringen, muss aufpassen, dass der dahinter... Die schießen auf einer Seite, wie du sie kannst. Also aufs Reichen. Au, ich war nicht im Dinger. Ey, sag mal jetzt bitte, Multi-Kolletti ist nicht weg. Oh, Mann. Multi-Kolletti. Ganz ehrlich, diese Stage hasse ich über alles. Aber am Schluss ist immer noch Wiley Stage 1. In diesem Spiel. Oh, ja, wie du's. Boah. Jetzt. 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 Boah, geschafft, Leute. Warum hast du dein Multi-Dings da richtig verbraucht, Junge? Du bist ja unnötig. Boah. Das ist ein Kapper. Boah. 4 Schüsse. 5, 6, 7. Dein Leben ist vorbei. Ey, go. Ah, Multi-Kolletti. Auffischen. Ich liebe Multi-Kolletti. Diggins. Diggins. Boah. Boah. Bing. Das ist der Rutsch von Rush. Boah. Boah. Wir haben das gerade getroffen. Ey, nein. Es ist gut, dass ich nur mal zurückkomme, die anderen. Shit, 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 shit. Ey, komm mal, soll ich springen? Warte. Wenn du über ihn bist. Also etwas höher als der andere da. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Nein, nein, warte. Jetzt. Boah. Was passiert? Das war nämlich zu langsam. Ich hasse dieses Spiel. Was passiert? Ich guck mal, ich bin genau dann gesprungen. Als. Ja, genau. Das ist ein Zufall. Das ist ein Zufall. Man kann es auch glitchen hier alles, was ich sage. Ach, echt? Sag, klar. Multibuster kann man das glitchen. Multikoletti-Buster? Ja. Echt? Ja. Ah, ich weiß, wie. Du meinst den Teil der Runden, ne? Ich weiß, was du meinst. Ich mein ganzes Kletcher mal springen damit. Ja, du kannst auch die ganze Zeit so Brücke damit machen. Das ist doch. Kannst nach oben machen mit Multibuster. Nach. Muss ich in die Wand hochglitschen. Da nachdem ist der. Mach dir so einen Boos nach vorne. Dann bist du ganz vorne. Das ist so ein Glitsch, hab ich bei Test-Video gesehen. Bei was? In Test-Video. Tun erstes ein Speedrun. Kenn ich nicht. Dö, 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 dö. Was? Kenn ich nicht. Ist das dein Ernst? Ja. Oh, okay. Ey, Leute. habt ihr das gesehen man das gibt es doch nicht der w bullshit alter der wüste was da gar nicht bis ende da macht die ganze zeit ja ich weiß was du meinst mach ich auch mutter das ist ein ja die neue deutsche werde ja und die runde sich bitte um die jungen ja früher war halt alles in akademodus ja ja okay okay es gut ist gut weiß was richtig schlimm ist leute ich sag richtig schlimm ist die wiley stage 1 leute wegen links der debout block nein das einfach wenn du den drauf was aber die stelle ist halt scheiße weil du bist auf multi kollektiv angewiesen angewiesen also kehrt multi kollektiv eigentlich nein ich nein ich wollte benutzen das hast du auch so habe ich noch nicht nicht aufregen ich muss multi kollektiv aufgehen deswegen ich habe es seit einem kostenlos einmalig das 1 okay jetzt springt multi kollektiv wasser du hast es geschafft nicht ganz mehr das ist voll unnötig das ja weil du schaffst du hast du musst du dich darauf bekommen ja trotzdem ist ja unnötig ohne ihn würdest du es hier nicht schaffen ohne gar zu werden soll ich mich jetzt hier durchglitchen nö du schlägst vorbei aber egal nicht mal hier bau dir einfach ne brücke warte hier erstmal auf ihn rauf hier erstmal bis nach vorne zum nächsten umspringen danach beim letzten das schaffst du oder so viel skill musst du haben so hier oh mann oma eeeh es gibt's doch nicht d bis eiskalt zu hoch gekommen ee Ja, lach du nur, Alter. Hast du das gesehen? Das sieht aus. Okay, Notiz an mich. Ich muss da runterjumpen einmal. An den Zwischensprung. Um Multikollektiv gleich aufzufüllen. Ja, lach mal nicht so. Das bewirkt mich voll. Ey, was mache ich da jetzt? Oh mein Gott. Ist gut. Oh Mann. Wirklich, Leute, das kann einfach nur mit mir passieren, ja? Ich bin immer so. Pechvogel, wa? Oh, bin nochmal Multikollektiv. Ist gut, Mann. Oh mein Gott, mir braucht du Chebbing lachen. Ich muss das jetzt noch einmal, danach glitsche ich mich hier durch. Oder so. Wah? Wah? Ich werde mich ganz ruhig schaum. Ey, Mann. Kennt ihr das? Gerade wo ich Echo brauche. Ey, nein. Nein. Okay. Wenn ich wieder okay. Coletti. Du musst ganz ruhig schreien, deswegen. Ich darf zum Video. Boah. Ich werde mich wieder boh. Bitte wieder, bitte wieder. Geschafft, Leute. Großes, dass du gekommen bist. Weil ich gefällt bin, oder was? Hä? Weil ich gefällt bin, oder was? Ja. Was ist daran los, ich, Alter? Du musst doch eigentlich... Wozu brauchst du das? Du musst schon sehen, Sage. Ja, aber gleich kommt schon wieder eins dieser Mega-Jump-Monster und ich will da rüber. Ich bin zu Ende. Jetzt rechts ist es da. Mega-Jump-Monster. Hast du Mega-Jump-Monster? Das bringt nichts. Ich werde mich trotzdem getroffen. Ich muss mal den Vater mal angucken, später. Ich kann ihn dir schicken, wenn du willst. Na, ich kann ihn dir schicken, wenn du willst. Nein, nein, du waffnest. Ich will aber, guck du dir ihn an. Na, du musst gucken, wo du genau aufs Face und musst dann aufschütteln lassen. Das sieht so lustig aus. Du musst in der Reaktion gucken. Das ist gut, Alter. Das ist gut, Alter. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, aber wie gesagt, in den guten Elegman killt man am besten mit dem Elegwasser. Elegman mit Elegwasser, okay? Nee, die guten Elegman, sorry. Okay, ihr seht's. Ziemlich locker, einfacher Gegner, lockig, flockig. Was sagt die Zeit? Bitte? Was sagt die Zeit? Äh, zwei Minuten. Ich beginne gleich nochmal Fireman. Failing apart. Äh, schluck auf. Äh, schluck auf. So, Leute, auf geht's zu Fireman. Guckt euch in Hard. Oh, sieht aus wie Breakertent. Die Hard. Hardes. Hardes, Alter. Richtig, Hardro. Was ist das für ein Stage, Mann? Fireman-Stage. Dann, da, 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 da ich hatte das ich hatte das ich hatte vorher war es wird ich habe mich die angst vor feuer zu feiern zu feiern wir haben alle drei macht gemeinsam mann was ist das ist das man ist ganz sicher es war links erst nach links nach links sagt ich warte ja es nur dort warte timing nice und doch wenn jemand reinkommt auch immer noch na klar ich glaube immer sofort das ist der unterschied zwischen uns nein ich will noch leben nein brauch ich nicht später fällt zusammen dann sagst du mir fehlt noch ein leben hätte ich nicht verloren das fehlt in dieser reingehe was ist das denn wieder für gegner mir fehlt noch ein leben da hätte ich hat sie nicht gesehen nein ich sehe mich schon die ganze zeit bei mir so stimmt ja leute jetzt kommt eine stelle von der ich heute noch keine ahnung habe wie es weitergeht und weißt du wie es hier weiter geht ich auch keinem lassen schimmer leute hat doch wo die kollektiv und die kollektiv ich habe jetzt verschwindet jedenfalls leute wir machen einfach so hier schluss danke zu gucken leute bis bald ciao ja richtig tschüss